Ach ja Leute, YouTube ist, wie wir alle wissen, nicht immer ein schöner Ort. Ich bin ehrlich, Digger. Katar. Fühl ich. Ich würde gerne mal ein Step-Up machen. Du bist so behindert. Boah, natürlich gibt es auch die Gegenseite YouTuber, die alles geben, um eine geile Unterhaltung zu schaffen und bei denen wir uns denken, boah, bitte endet das niemals. Ich kann es noch stundenlang so weiterschauen. Doch leider mussten schon einige YouTube-Karrieren enden, wie wir durch diese Videoserie ja wissen. Und heute werfen wir einen weiteren Blick auf ein richtiges Urgestein deutscher YouTube-Geschichte. Hey, also erstmal groß, dass du wieder eingestellt hast. Willkommen bei... Also Leute, ich will euch nicht veralbern, aber ich muss euch heute wieder etwas vereinen. Der mein Kumpel merkt, legt mich heute zum Essen ein und sitzt hinten schon ganz ungeduld, nicht wahr? Alter, kann dieser Mann schon reden. Das macht meinen Rentner hier nicht mehr mit, ey. Aber ja, heute geht es um den YouTuber Alberto. Und für diejenigen, die ihn nicht mehr kennen, ehrbar Top-YouTuber der allerersten Generation, also mit überfüllten Fantreffen, TV-Auftritten und allen drum und dran. Du bist ja ein ganz schöner Apparat, hör mal, mein lieber... Ja, danke schön. Ja, also nicht nur Beat, du könntest auch Boxer sein. Äh, Thai-Boxen mach ich noch, ja. Machst Thai-Boxen? Ah, du bist mein Freund. Doch woher kam dieser Mann? Was hat ihm plötzlich zu diesem großen Erfolg verholfen? Und wohin ist er am Ende dann wieder entspunden? Genau darum geht es heute. Okay. Ich mach mich jetzt bereit, alle Infos in Rekordzeit und eure Birne zu ballern mit ganz viel Humor. In der Zeit, da kannst du schon mal meine Arbeit mit einem Like, einem süßen Kommentar und einem Abo supporten. Also vor allem das Abo ist sehr wichtig, hast du es schon dagelassen? Also ich hoffe ja immer noch auf ein Weihnachtswunder oder so. Also ja, hast du, hast du gemacht? Hast du? Nein, hab ich nicht! Warum nicht? Du Behinderter. Ach ja, Leute, nochmal Dankeschön für dieses extrem geile Feedback zum Spielfilm. Es gibt immer so ein paar Meckereien hier und da, aber dieses Mal ist eigentlich wirklich alles durchweg einfach nur positiv. Es ist einfach so schön, auch heutzutage einfach noch so eine geile Community zu haben. Deswegen da ein ganz großes Dankeschön, also wenn der Film unterstützen will, gern nochmal gucken und ja, Feedback dalassen. Würde mich sehr freuen. Es gibt auch eine Blu-ray zum Filmen, wer die haben möchte, am besten jetzt gleich sich sichern, weil man kann nur noch diesen Monat das bestellen. Danach nie wieder, weil es alles viel zu kompliziert ist, das selbst zu machen. Deswegen ja, einfach bestellen, wer es haben will. Wir schicken es raus und danach sind hoffentlich alle glücklich. Okidoki. Okay, jetzt legen wir mal los. Lebt euch zurück und viel Spaß mit dieser Ausgabe von Das Traurige Ende. Mit dem Fall halt Alberto. Los geht's! Unsere Reise beginnt extrem in der Vergangenheit, genau genommen der 29.06.2006. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie alt ihr damals wart. Selbst ich war damals noch minderwertig, äh, minderjährig. YouTube war damals gerade mal ein Jahr alt. Da hat Alberto schon ein Video hochgeladen, um seine Beatboxkünste zu zeigen. 1, 2, 3, 4. Auch in den nächsten Uploads ging es eigentlich nur darum, halt immer seine Beatboxkünste zu zeigen. Und die ganzen Videos waren sehr unterschiedlich von der Qualität und von der Machart. Also ich glaube, die wurden gar nicht von ihnen produziert, sondern von irgendwelchen anderen Leuten. Und er hat es einfach hochgeladen, so als, als Promozwecke. Die Idee, mal alles Tages, äh, YouTube-Star zu werden oder so, kann gar nicht im Raum gestanden haben. Denn sowas wie YouTuber gab es damals noch gar nicht. Zu der Zeit nahm man auch YouTube selbst noch gar nicht richtig ernst. Also die meisten haben eher YouTube genutzt, um auf andere, wichtigere Plattformen zu verweisen, wie MySpace zum Beispiel. Was zum Geiler ist MySpace? Ich hab keine Ahnung. Erst ein Jahr später, also genau genommen am 31.05.2007, konnte man zum allerersten Mal Albertos Humor so ein bisschen begutachten. Hi Leute, mein Name ist Alberto und, ähm, ich mach Beatbox. Das ist Musik mit dem Mund. Klingt komisch. Ist aber so. Also, wollt ihr mal was hören? Ich, ich mach einfach mal. Ich finde, man merkt hier schon so eine Art Grundtalent, was er einfach hat, was Unterhaltung angeht. Und klar, Beatboxen kann er sehr, sehr gut. Obwohl ich sagen muss, Beatboxen hat mich selbst noch nie so wirklich interessiert. Also solche Videos schaue ich eher schon sehr selten. Guckst du etwa meine Videos nicht, Zeo? Äh, doch, natürlich! Und auch wenn ich keine Screenshots dazu finden kann, gehe ich davon aus, dass dieses Video so ein bisschen besser performt hat als andere. Zumindest hat er danach im November 2007 eine Idee entwickelt, wie er irgendwie Comedy und Beatboxen halt vereinen kann. Und dann dachte ich mir, ich hab Durst, ich brauch Wasser, mach die Fasche auf und schenke dir was zu trinken ein. Und falls die Frage aufkommt, warum sind eigentlich alle Videos schwarz-weiß, dem kann ich nur sagen, ich hab keine Ahnung, Mann. Und kurz darauf folgte das allererste Video, in dem er zum ersten Mal zwei verschiedene Charaktere spielte, die miteinander reden. Aber woher? Wollen Sie ein bisschen das Erlärm von Toni Semperonica? Hey, ganz einfache Sache. Ich wohne in Rheinhaus. Ich hab einen Nachbarn links von mir und ich hab einen Nachbarn rechts von mir. Verstehen Sie? Hm, so ist das also. Und ich mag ganz einfach folgende Sache. Hey, was das? Sie haben mich noch gemacht. Hä? Zum großen Erfolg war hier noch abzusehen, aber immerhin hat er schon mal bis 2008 300 Abonnenten gesammelt. 300 Abonnenten sind natürlich nicht so wenig, wie es heute zum Beispiel wäre. Man darf nicht vergessen, dass YouTube selbst da immer noch in den Kinderschuhen steckt. Also die größte YouTuberin war damals Colt Murrow mit ihren 3000 Abonnenten. Also lasst uns vorspringen zu 2009, denn da bildeten sich zum allerersten Mal die Hamburger Hänger. Da hab ich mir irgendwann einfach mal ein T-Shirt gemacht und da hab ich einfach das Hamburg-Logo und hab da Hamburger Hänger draufgeschrieben. Da hab ich mir einfach mal gedacht, ich verkaufe die Shirts einmal und lass das Ganze patentieren. Und ja, dann auf einmal hab ich einfach nur einen Abspann an meine Videos Hamburger Hänger drangehängt. Und dann sind wir die Hamburger Hänger geworden. Also da bin ich schneller reingerutscht, als ich eigentlich dachte. Es war sozusagen ein Sammelbegriff für alle YouTuber, die aus Hamburg kommen. Also Audenseiter, Alberto, Samendezio, Flying Uwe und so weiter. Und da gibt's auch ein Video, was ich euch zeigen möchte und was ihr euch unbedingt merken müsst, weil das spielt später noch eine wichtige Rolle. Es saßen zwei Gestalten hier auf einem Balken und sie schrien nach Klopapier und sie schrien nach Klopapier und dann kam der dritte, setzt sich in die Mitte und sie schrien nach Klopapier und sie schrien nach Klopapier. Ich brech mal hier ab, weil es geht noch ewig so weiter. Aber wie gesagt, merkt euch das Video, das wird später noch wichtig. Alberto war damals noch in so einer richtigen Experimentierphase, also mal loot ein Video hoch mit irgendwelchen Effekten, dann wieder Beatbox, dann sogar einen ganzen Kurzfilm. Ey, so geil, diese Musik von Tekken 3 im Hintergrund. Tekken war generell so ein Game mit dem besten Todesschreien, wenn so ein Kämpfer K.O. ging. Und wenn der Mann ist, ist Scheng Löw, alter Schwede. Der Typ war auch schon bei YouTube immer mit dabei, kann es sein. Und mit diesen Versuchen erreichte Alberto bis Ende 2009 10.000 Abonnenten. Und auch die Aufrufe waren damals gar nicht mal so schlecht, also da hat er schon so eine gute Comedy-Sieh aufgebaut. Doch 2010 traf er dann eine wichtige Entscheidung für seinen Kanal, er konzentrierte sich mehr auf Comedy. Und auch wenn das Timing von manchen Sketchen damals noch nicht ganz sitzte, fand ich, trotzdem sind diese Comedy-Videos von ihm ganz, also nicht schlecht zumindest. Mussten sich die beiden einen neuen Paar-Bahn-Untersatz beschaffen, was gar nicht mal so einfach war. Entweder waren die Verkäufer unseriös. Würdest du den Mann kaufen oder nicht eigentlich? Seid ihr sicher, dass das euer Wagen ist? Ja, natürlich. Hey, weg, komm mein Auto! Oder sie macht nun für ihre Angebote. Ähm, willst du das Auto mit oder ohne Klimaanlage? Mit Klimaanlage. Äh, kostet Klimaanlage 1.000 Euro. Äh, ja, okay, dann nehmen wir es ohne. Ähm, okay, dann müssen wir die ausbauen. Klimaanlage ausbauen, kostet 1.000 Euro. Hier und da hat sogar auch mal Simon Dessio mitgemacht, wenn auch nur ganz kurz. Was erzählte denn von der ganzen Situation? Ich hab den Klon schon überall gesucht, Alter. Hast du schon McFly gefragt? Ja, wo hab ich? Loll, warum erinnert mich das Aussehen von diesem McFly-Typen so ein bisschen an Mark Eggers? Weil so ein bisschen Ähnlichkeiten... Moment mal, das ist Mark Eggers! Als ob der schon vor 12 Jahren seinen Ursprung auf YouTube gefunden hat. Also ist am Ende Alberto dran schuld, dass wir uns das hier geben müssen? Der ungewöhnlichste Ort, an dem du Sex hattest? Dieses Comedy-Format hieß By the Way, Albertos verträumte Zweisamkeit. Und wer jetzt fragt, warum, dem kann ich nur sagen... Keine Ahnung. Davon gab es By the Way, neun Episoden. Alle gingen nicht wirklich so durch die Decke, deswegen musste eine neue Idee her. Ich bete, you're well. Yo, was geht ab? Hier sind wir, Chang'e und Albert und willkommen bei... Ich bete, you will. Ja, dieses Format wurde ja von ApeCram später dann 1 zu 1 übernommen, doch bei denen hieß es dann so... 2, 3, 1, 3, 2, guys, 1, bad... Und wie wir aus alten Episoden gelernt haben, ist daraus wiederum Miguel Pablo entstanden. Das heißt, irgendwo ist indirekt Alberto auch daran schuld. Das heißt, es ist irgendwie geil, wie alles so zusammenhängt, oder? Das Format ist sozusagen Wetten, dass auf Wish bestellt. Also Zuschauer reichen einfach Wetten ein und dann die Teilnehmer, in dem Fall Alberto und Chang, wetten dann wiederum darüber, ob die Wette gemeistert wird oder eben nicht. Grob gesagt sollte man einfach skurrile Wetten sehen und dann halt einfach eine lustige Bestrafung am Ende. Mnomm, 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 das schmeckt auch richtig gut, oder? Es sollten manche unterhaltsam finden, habe ich gehört. Und genau an diesem Punkt war es soweit. Die Außenseiter haben Alberto in einer Kollop extrem gepusht. Also richtig los, Young, ist es, äh, nachdem ich mit den Außenseiter ein Video gemacht habe, also da muss ich mich nochmal bedanken bei denen. Und dadurch konnte Alberto zum ersten Mal extrem schnell wachsen. Also im Februar zum Beispiel hat er noch 17.000 Abonnenten, plötzlich hier im Mai 74.000 Abonnenten. Und dann im Juli sogar schon über 100.000 Abonnenten. Also gehe ich davon aus, dass Alberto eben ab dem Punkt aus dann eben YouTube-Partner geworden ist. Zumindest war es ein Aufruf ab da noch wirklich extrem gut. Also ich denke, man konnte da auch schon nicht wenig nebenbei verdienen. Und wir haben noch gar nicht über seine Funnets gesprochen. Das liegt daran, dass er meistens gar keine eingestellt hat. Und wenn dann doch, dann nur so, ja, sehr zaghaft. Okay, jetzt seht ihr es aber auch, oder? Das ist doch Mark Eggers ohne Scheiß. Nix da, irgendwas mit McFly. Hey, denk mal nach McFly. Denk mal. Das Wettenformat zog sich dann durch das ganze Jahr, bis Chang am Ende keinen Bock mehr hatte. Also manche, ja, munkeln, da gab es ein bisschen Beef zwischen den beiden. Aber immerhin, am Ende von 2010 hatte er sogar schon 250.000 Abonnenten. Also das war ja mal ein sehr erfolgreiches Jahr. Aber 2011 gab es schon wieder einige Veränderungen. Einmal musste er irgendwie beraten worden sein, was die Funnets angeht. Denn die waren plötzlich auch so quietschebunt wie die von den Audensitern oder von Simon Desio oder eben bei Titti. Und plötzlich macht er auch wieder mehr Comedy-Videos mit sehr durchdachten Formaten, wie zum Beispiel Dann gab es noch die Familie Bert, was sozusagen... eine Parodie aus so typischen Sitcoms waren. Ich habe einen Lügen-Detector entwickelt, der dafür sorgt, dass Menschen im Umkreis von 5 Metern sich selbst ohrfeigen, wenn sie lühen. Das gucken wir doch mal gleich aus. So. So, nochmal. Wo warst du denn heute während der Schulzeit? In der Schule. Ja. Oh, ähm, okay, ich war mein Freund und wir haben Filme geschaut. Und was für einen Film habt ihr euch angeschaut? Ähm, Toy Story 3. Oh, okay, ich kischle zu, es war ein Porno. Junge Mann, das ist ja wirklich schade. Als ich in deinem Allcover wusste ich noch nicht mal, was ein Porno ist. Und dann noch ein Format, was ich persönlich am allerbesten fand, und das war Oh's Ghetto-Tipps. Das ist Ghetto, 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 wow, wow, zeig mal. Was klappt, Leute, Mann? Ich bin so ein Freund, oh. Ihr kennt mich bestimmt aus der Serie, jetzt frage ich. Aus der vegetarischen Zeitschrift, man findet keine Freunde mit Salat? Und ich bin der Typ, der jetzt mit der heißen Schnitte Koko zusammen ist, Mann. Aber nein, nein, Spaß beiseite, Leute, Mann. Ich hab heute wieder einen coolen Tipp für euch bereit, Mann. Leute, ich war früher arm, denn ich komm aus dem Ghetto, verdammte Sch... Wie arm warst du denn ganz genau, Onkel O? Alter, wir waren früher so arm, dass wir unser Toilettenpapier waschen mussten, damit wir es nochmal benutzen konnten, Mann. Ey, so ein Scheiß. Wie arm warst du denn ganz genau, Onkel O? Alter, wir waren so arm, dass wir uns sogar unseren Schlaf teilen mussten, Mann. Wie arm warst du denn, Onkel O? Alter, ich war so arm, ich musste sogar sparen, um arm zu sein. War ihr damals wirklich so arm, Onkel O? Alter, wir waren damals so arm, dass wir im Winter unseren Kühlschrank auflassen mussten, nur damit es wärmer wird, Mann. Ey, jetzt wollen wir aber nicht irgendwie komisch werden hier, ne? Doch dann, im August 2011, kam endlich das Format aller Formate. Zumindest glaube ich, dass die Menschen, die sich an Albert auch erinnern können, meistens dieses Format als erstes im Kopf haben. Hey, erstmal groß, danke schon, dass du das Video eingeschaltet hast und willkommen bei... Also Leute, ich muss mich wirklich bei euch entschuldigen, denn ich muss mich heute etwas beeilen. Es kommt auch mal zügig zur ersten Frage. Hey, Al, du zockst in letzter Zeit zu viel. Gehst du überhaupt noch raus? Ey, Al, das ist doch nicht dein Ernst. Du huckst den ganzen Tag in der Bude? Mach's mal wie die Kinder und geh mal draußen spielen. Ja, Leute, wenn wir hier gerade so gemütlich sind, du musst hier noch eine Sache erwähnen. Denn ich habe tatsächlich mein fünfjähriges Jubiläum verpasst. Denn genau vor fünf Jahren, um knapp zwei Monaten, habe ich mein allererstes Video hochgeladen. Wow, ich mache das Ganze jetzt schon seit fünf Jahren. Das ist, äh, das, das ist, äh, das ist eigentlich ganz schön traurig, oder? Nein, ist es nicht. Doch dieses Format zog es dann durch etliche Episoden. Es standen super viele Insider über Playstation ist besser als Xbox, Chinkmings Essen ist das Geilste, COD ist sowieso das beste Videospiel und natürlich Sief, Dicke. Sief, Dicke! Und wer mich jetzt fragt, äh, was soll Sief, Dicke eigentlich bedeuten, dem kann ich nur sagen, Ich weiß es wirklich nicht. Und genau so zog er das ganze Jahr durch und der Humor blieb gleich. Wir waren früher so arm, verdammte Scheiße! Was denn für dich so arm, Onkel O? Alter, wir waren damals so arm, dass wir unser Müsli mit der Gabel essen mussten, um Milch zu sparen. Kein Wunder, dass sein Kanal dadurch noch größer wurde. Bis 2011 hatte er 450.000 Abonnenten gesammelt. Deswegen machte er auch 2012 genauso weiter und die Formate bekamen auch diesen typischen, super schnellen Sprechfluss. Hey, also erstmal kurz zu sagen, dass du das Video eingeschaut hast und willkommen warst. Also Leute, ich hoffe, ich werde jetzt nicht etwas zu persönlich, aber ich muss sich heute wirklich etwas machen. Und auch dieses typische Gitarren-Riff, also stelle ich immer zwischen den Worten Bäm, 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 Bäm. Ich habe sogar 2019 damals diesen Videostil sehr, sehr genau analysiert, eben für eine Parodie. Hey, erstmal ein großes Dankeschön, dass du mir eingeschaltet hast und willkommen bei... Leute, es tut mir leid, es sagen zu müssen, ich habe echt nicht viel Zeit, denn ich habe mein Bier schon kaltgestellt. Was? Für mich ist Bier eben das, was für Albert und Chicken Wings sind. Wirklich? Ja, also kommen wir zügig zur ersten Frage. Hey, Zeo, warum redest du eigentlich so mega schnell? Ja, Leute, wie euch sicher aufgefallen ist, rede ich ganz schön schnell. Was ich gar nicht verstehen kann, denn wenn es so wäre, würden mich ja viele darauf ansprechen, oder? Du redest ganz schön schnell. Ja gut, hab ich gesagt? Ja, kann schon sein. Ja gut, das habe ich ja mal. Alter, trinkst du schon wieder ein Bier vor vier? Wir haben doch nach vier, es ist elf vor morgens. Egal, 2012 hatte er dann 650.000 Abonnenten und dann 2013 schon die eine Million. Ich denke, an der Stelle ist es auch mal angebracht, ein wenig Kritik zu üben, denn eine Sache, die ihm immer wieder mal vorgeworfen wurde, ist, dass seine Witze gar nicht von ihm selbst kommen, sondern eher, die halt aus dem Internet geklaut sind. Also gerade, wenn man die Pointen oft googelt, dann findet man halt eben den Ursprung in irgendwelchen Fritzchenwitzen halt einfach. Aber ich muss sagen, mich hat das Ganze irgendwie nie wirklich gestört, denn er liest diese Witze ja nicht einfach nur blind vor oder so, sondern hat ja eben sehr viele verschiedene Charaktere und verkörpert diese Jokes ja doch, ja, mit ziemlich viel Talent. Von daher bin ich einfach überzeugt, das Ganze hätte über Jahre noch richtig gut funktioniert. Doch 2015, und ich glaube, das hat damals wirklich einige überrascht, hat Alberto nach einer längeren inaktiven Zeit über seinen Banner und sein Kanalbild angekündigt, dass sein Konto deaktiviert ist. Warum, weiß einfach niemand. Also auch auf Wikipedia oder so steht einfach gar nichts dazu. Und auch das muss man erwähnen, dass Alberto eigentlich nie wirklich real vor der Kamera war. Also nicht so, wie jetzt man das von anderen YouTubern kennt, sondern es waren eben alles nur Kunstfiguren. Also man wusste nie wirklich, was genau da hinter der Kamera bei ihm wirklich abgeht. Also man hatte da einfach keinen Einblick, keine Informationen. Von daher konnte man damals einfach nur sagen, ja okay, dann ist es soweit. Die Alberto-Ära ist halt hier jetzt auf YouTube einfach mal zu Ende. Doch dann, vier Jahre später, war er einfach wieder da. Also 2019 kam dann einfach mal wieder ein Video. Und das Komische war, kein Statement oder irgendwas Neues oder so, sondern einfach so, als wäre er nie weg gewesen. Ich weiß auch, dass der Lester-Schwester-Podcast damals sehr viel darüber berichtet hat und auch darüber diskutiert hat, ob das alles noch überhaupt zeitgemäß ist, was er da so macht. Mir selber ist das egal, weil ich muss sagen, ich lebe eigentlich recht gerne hier und da in der Vergangenheit. Und so kam es auch dazu, dass eben Alberto ein Remake zu einem sehr, sehr alten Video von sich eben hochgeladen hat. Es saßen zwei Gestalten gestalten auf einen schönen Balken Balken und sie schrie nach Klopapier Es war so schön, Alberto war einfach wieder zurück und man konnte sich an diesen Videos erfreuen, bis er 2020 dann doch wieder weg war. Und wieder nur Fragezeichen, keiner weiß warum und wieso und weshalb, ist halt einfach so. Gut, natürlich war Alberto niemals so wichtig für die Szene wie die Außenseiter oder bei Titti oder eben jetzt Julian Bam. Trotzdem, wenn man an die allererste YouTuber-Generation denkt, dann hat man auch immer wieder mal Alberto im Kopf. Und die Machrat seiner Videos, also die Sketche, das schnelle Reden und so weiter, hat schon so die Machrat zu mancher Videos beeinflusst. Das kann ihn keiner mehr nehmen und von daher bin ich auch recht froh, schon damals bei ihm so dabei gewesen zu sein. Euer Zeo! Euer Zeo!